Überhaupt wären sie wohl weiter. 100 Jahre reite ich mir noch acht Zentimeter mit dem Esel. Wo ist der springen kann? Ja, sei doch aber nicht so destruktiv dann immer. Destruktiv? Ja. Ich kann es bestimmt nicht. Naja, aber die? Ja, dann muss sie... Weiter! So! Ja! Das sind alle eine Scheißtiere, die haben wir selber genug. Ja, eben. Weiter! Gut! Jetzt haut die denn, warum dann? Warum haut die denn jetzt? Und kriegt dazu noch einen die Fress, weil er gut gesprungen ist. Der macht doch alles. Gut! Weiter! Unruhe! Das ist wie man denkt, unser Pony ist hier nicht. Und auf alle Scheiß gehen, ob diese Stuftanadische hinspringt.